Servus Leute und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rast hier am Start mit dem lieben Mark und dem Nico und dem Vincent unserem Anführer Hallo er antwortet ich will sagen diese alle jetzt geht er nicht hin und schießt nicht auf die die sollen wollen und ohne Witz halt doch die Schnauze man ich mach doch nichts halt einfach die Fresse ganz ehrlich halt einfach die Fresse er in der Welt im Räuble sagen warum er sich an die haben kein Anführer sind alle vier gleichgestellt ja bist du behindert oder so heute was die alter einfach nur behindert sein und leise sein ja Robert dass ich dachte dass einer von euch ich bin fast da und geben kurz in Deckung da ich bin auch gleich da um wo ist er wenn er kommt dann Kirchen geht in dem Busch äh hinter dem Baum irgendwie wo seid ihr alle hingerannt ich bin dann wieder zurück ich stehe hinter Mark sozusagen Mark wo ist denn der ich seh den hinter dem Baum da ich kann ja mit der Schrotwende ein bisschen nichts ausmachen ach da ist er ja ihr sucht euch mal Deckung da oben ihr habt vier Leben ihr sucht die Deckung ich stehe hinter dem Baum ich versuche ihn mal irgendwie ein bisschen zu flankieren Alter er hittet echt gut muss man ihn lassen ich hab vier Leben ich hab ihm Hattie gegeben aber er ist noch nicht tot Alter wie viel passiert er? er rennt er rennt wo rennt er denn hin? er rennt weg nach hinten Alter ich treffe ihn gerade nicht wo ist er hin? er rennt weg nach hinten okay lassen er lassen oh Hilfe 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 der im Busch hängt oder was? ja der naked hab ihn getroffen er flüchtet bin tot hab ihn einmal ja ey leute na ich muss nachladen nein tp ich ja jawohl wer ist denn das jetzt der von euch? oh wer ist denn jetzt wer? hör mal an Mark der in der Mitte der Typ? ja das ist der ich glaub er hat mich im Visier ich weiß nicht danke oh der ist ja neben mir da 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 hab ihn dreimal killtet ja komm ey er hat nicht mehr verleben killt ihn jetzt mal der liegt tot also mich müsst ihr nicht aufpassen okay er ist tot okay ich bin ja nicht wer ist das da? ja das wird er wahrscheinlich sein du Horst hey 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 was? das ist ein anderer und das noch einer mit wow Käfer lauf lauf wow da war noch einer oder was? da sind noch drei da sind drei mit Kepler da sind voll viele Alter ich blute ich blute ich blute ich blute für die ganze Zeit lauf wow 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 gleich niedergestreckt danke geht noch jemand vor euch? Alter fuck ja der liegt hat mich gleich wieder niedergestreckt aber wir haben da ein bisschen zu viel rumgeschossen es hat wahrscheinlich viele Leute angelockt ja anscheinend oh das noch ich bin tot mann leute der Server ist kacke ohne witz ich hab keinen Bock mehr das war einfach das was ich gesagt habe job's an jeder Ecke hast das gesammelt jetzt ist wieder alles weg dank ach komm wir brauchen ja nicht dann bis wir das wieder haben ja aber es reicht doch schon dass wir überhaupt wieder Tricks sammeln müssen dann lauf ich jetzt nach Hacker Valley stellen wir eine Foundation hin mach mir dein Home hin und dann ich hab noch in meinem anderen Haus da hab ich noch ein bisschen Bauzeug weiß der Antwort dass wir einfach uns wieder zueinander tippen und zusammenlaufen ja kann warte mal er sagt es frag gehen wir mal hin nochmal versuch mal ob es der ich will gucken ob der erst mal gleich der Tag macht ich kann man nicht an Hello I'm friendly Hello Ich hab mal einer bitte in Chat Vincent Warum zieht der auf mich? Warum zieht der auf mich? ich bin der skrupellose ich darf das ich habe auch schon ganz schön mit dem finger gezuckt ich muss erst ein gamma hochstellen so leute weiter geht's fragt mal ob es day werden kann und fragt mal alle day fragezeichen warte bis der schnitt war warte bis der schnitt dann können abschließen aber jetzt nicht klasse jetzt nicht so umschießen das kommen wieder alle leute um ja aber bewegt sich nicht er bewegt sich nicht ja sag es auch noch im spielschirm was oder sinkt oder du innen warte umgelehr abwarten erregt mich auf warte das würde mich abgeknallt hat mal vielleicht noch ein bisschen die die deckung hier du es ich war erst ein zweiter als keine wer doch facken zumal ich muss gerade ich war gerade kammer kurz sonst sehe ich nicht ab nun ist sich gerade anscheinend hat man keine lustige tags einzustellen dagegen muss ich dann am an der also die kann er hätten auch ein plugin machen können mit der europa und so das lustig das ist das also und gm gehen wir los die mich oder haben die kammer an er ist ehrlich aber in den namen wir laufen in der machte ok dann soll ich facken an macht er an der aus aus so aus. Diese Fronzen und Tiere, die killen wir mal wegen Stuff. Die haben immer gutes Zeug dabei. Oh fuck, warte, warte. Hinter uns, hinter uns. Hallo. Wait, wait, wait. Don't shoot, please. Don't shoot, don't shoot, don't shoot. Okay, die sind echt nicht schießen. Lass dich erstmal ausreden. Hallo. Hey, don't shoot. Nee, echt jetzt. Warte, warte, warte. Okay. Er hat schon wieder die Pistole dabei. Ja, es geht Starter. Auf was schießt du? Ihre, wie gesagt, Blut. Ich sehe einfach nichts. Oh, ohne Witz, Leute. Ihr lockt schon wie die ganzen Typen an. Ja, dann müssen wir gleich weggehen. Hinter uns wird geschossen und auf uns wird geschossen. Ah. Da vorne steht. Hilfe, 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 Hilfe. Komm, 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 da ist los, wir gehen weiter, okay? Hilfe, 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 Hilfe. Da oben ist jemand der Linken und wir in Ruhe lassen. Der rennt weg. Okay, sind alle, alle, alles zusammen. Wenn ich mal eine Shotgun, dann kann ich money geben, falls nötig. Jetzt komm mal, was machst du denn jetzt da hinten? Oh, komm, komm, komm. Ich komm noch, Mann. Ja, jetzt bleibe ich mal ein bisschen, weil es ist echt so. Ich muss einfach, dass wir 30 Mal sterben jetzt und bis wir dann irgendwann mal zum Haus bauen kommen, nur weil wir immer wieder alle fünf Minuten stehen bleiben. die ja nicht müssen er hat dann bist du wieder von hinten abgeknallt und wir können nicht helfen Nürnberg dieser noch die Runde auch mitnehmen wollen nehmen und der Richtige brauchen das Blut vielleicht am Anfang immer das Holz jetzt hier mit okay ihr habt alle nen Headshot gekriegt bekommen Shotgun-Mony Boah, wie ein eiskalt Geier, der fliegst da hinten, ah ne, das ist nur ein Schwein Boah, da hinten ist auch geil ok, äh, hier dann müssen wir auf die Berge gucken, nicht dass da einer hängt irgendwo hier hängt schon, ich kann nicht kommt hier jaja und das hier, hier ist Holz, 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 Holz Sollten es vielleicht ein bisschen auf, denn es einer mal Holz hat, der andere nicht jetzt muss es ein bisschen strukturierter machen ja, kommen wir später machen aber nehmt ihr jetzt eigentlich schon auf? ja, ja, nehmt auf ach ja schon wir sind ja schon vor dem Kampf da auf dem tollen Kampf ja, aber ich glaube, da kam echt dann irgendwann so viele Leute Tag Nacht ist aber wie der ist das da hinten ja, ich glaube die Nacht ist Kürten eingestellt da ist einer, da ist einer, oder? das bin ich der ist von uns ja kommt, 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 nicht rödeln kommt der 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 rödeln b bei einem Computer ja, bestimmt nicht, aber gut wow, bei äh better Internet aber auch gut genug ist Internet anscheinend ja nicht anscheinend schon oh, mir leckt es nicht und ich bin gerade auf dem MacLeod der Bolle und der Schuss heißen wir können hier schon direkt bauen oder hat noch richtig weiter hinten gibt nur richtig weite der Jahre ein Lächeln so weit wie möglich vorne die zwei erhe so war es so weit wie möglich so weit wie nicht möglich da ist jemand von uns er hat aber nichts aus und gibt es da die Konkurrenz er hat er noch nicht schießen er ist ein Ziel okay wir gehen so nah dran wie möglich ich glaub der hat uns gesehen auf ihn mit Geschrei wow als ich war was ist denn da holz 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 da hinten er steht still er zielt auf uns ne er zielt nicht von uns er kommt in eine Richtung Mann kann ich hier einen Bolt Action Headshot geben und warte warte na er bewegt sich warte warte lang leise 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 ja er kann uns noch nicht sehen so stehen bleiben der Typ wenn er stehen bleibt ist er tot ne wenn er warte 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 wenn er gleich das ne er schlägt Jagdtiere wenn er gleich ein Tier schlägt oh der darf sich stehen bleiben ne 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 er läuft gerade quer durch die berge durch ich sehe ihn, komm lass ihn doch einfach lass ihn doch einfach, lass ihn doch einfach, lass ihn doch einfach, ok, lass ihn doch wieder aufs Zelt gehen, ok, hier da hinten ein Haus aber das sieht verlassen aus, auf dem Feld ja das sieht schon graded aus, oder hat sie uns hoch gebaut kommen alle wieder aufs Zelt drauf, alle wieder aufs Zelt drauf aber nicht zurück, einfach so ein bisschen schräg weiter aus, aufs Zelt drauf ja, ich hab das schon gesehen komm mal hier hinten, es gibt diese riesige, große Fläche ey, ohne Witz ist das nicht ein bisschen weit wir können uns echt ne Foundation irgendwie, wo immer ihr auf Volt hinsetzen also zum Beispiel Smaller Tanks, was weiß ich und da könnt ihr einfach Set Home 1, 2, 3 oder was auch immer hier, hier kannst du perfekt deinen Traum verwirklichen ja, dann lass uns hier bauen da ist er wieder ja, komm, wir holen wir uns, holen wir uns nehm wir ja, da hat wahrscheinlich Farben dabei ja, da hat's ne Farben und diesen ganzen Farben, der hier überall um uns rumsteht ist ein Paradies hier und ich weiß nicht, warum es den Namen Hacker Valley trägt vielleicht weil die immer die Hacker, Speedhackern machen weil die hier eigentlich nicht gesehen werden aber das heißt echt auch nichts Junge das ist schon etwas merkwürdig, vielleicht fühlt sich uns gerade zu seiner Base ja, ja, er schlägt uns ja, jetzt, Volt Action, jetzt, Volt Action naaa hab ihn nochmal nochmal der hat, der, der ist slow yo, alter Mark er ist down er hat nicht getroffen hab ihn naaa er hat nicht getroffen naja nicht? oh, er hat Foundation dabei, nice nice und nen Ofen hat er für uns hier, hier will jemand, warte, ich dropp mal alle stehen jetzt rumrum und warten auf das der hat drei Ölfen dabei gehabt drei Stück na komm, dann lass uns jetzt mal bauen hier ah aber ich hab bis jetzt noch eine Foundation dann müsst ihr halt entweder farm oder noch hier, hier links rüber, das sind auch noch ein paar Sachen zu bauen soll ich noch aus meinem alten Haus ein paar Foundation holen? oder lieber Leute, bevor wir farm, lasst uns bitte erst mal den Grundstellen aufbauen, okay? wir müssen fahren, weil wir die Foundation fahren ne, 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 ich hab eine Foundation, einen Grundstein für die für die Homes Foundation, da machen wir alle, stellen uns alle drauf machen, slash, set home 1 und dann kommen wir immer zu hinter dem Thema, weil wir wollen wir kommen alle hier zu den, wir sind hin fangen, wir müssen so ein bisschen schräg oben anfangen dass wir es auch gut runterbauen können so, ja, so ist perfekt und jetzt machen wir alle und jetzt machen wir alle aber ich glaub, ich weiß nicht, ob ich euch davor noch in eine Gruppe einladen muss Setting Home Deactivated ne, 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 es steht im Tag Set Home Set 1 Ja, nein, you are not allowed to set you Home Deactivated okay, dann muss ich euch erst in eine Gruppe einladen äh, gi, ähm, gi, create Wie soll unsere Gruppe heißen? Ist ja auch egal We create Barthor nennen wir sie jetzt einfach mal Nein Ge invite Barthor place Ich muss einfach nur Slash geakzept machen Ja, ich weiß Die invite Barthor place Was heißt das? Mania Geht immer nicht Die, warte mal Fight Barthor Doch, ich weiß was ich machen muss Und ich muss noch freigeben Halt, you must Die accept Versuch, Zombie du hast das, ich hab schon mit dir meine Türen geshared Versuch du mal, ob du hier Slash Set Home 1 machen kannst Slash Set Home Leerzeichen 1 Ja, ich schick mal nochmal ne Unknown Chat Command, was nochmal? Slash Set Home zusammen geschrieben? Ja Vernehrt hast du eins Set Home Deactivation Ja, was steht im Chat? Im Chat? Im Chat? Ich hab nicht mitgemacht Äh, keine Uhr gestoppt Äh Man kann ja auch den Anfang wegschneiden mit dem Kampf Oder, muss man nicht Nein Sehr geil Ja gut, aber trotzdem würde ich mal sagen, machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen Genau Und dann sehen wir uns auch wieder in der nächsten Folge Haut rein Bis dann Bis dann Bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017